Ja, herzlich willkommen liebe Freunde zu meiner nächsten WoW-Klassenvorschau. Und zwar dreht sich es heute um den Magier. Den schauen wir uns jetzt mal mit allen drei Spezialisierungen an. Was sich in Shadowlands so tun wird. Los geht's! Ja, wir fangen auch beim Magier hier direkt damit an, dass wir uns mal die allgemeinen Änderungen der Klasse näher anschauen. Also was ändert sich wirklich bei allen drei Spezialisierungen. Wir fangen direkt an mit der Erkannen-Explosion. Denn diese ist wirklich wieder für alle drei Spezialisierungen verfügbar. Sprich Feuer und Frostmagier können die auch endlich wieder einsetzen. Ist einfach eine nette AOE-Attacke, gerade für den Frostmagier vielleicht sehr praktisch. Denn dessen AOE-Damage ist ja jetzt nicht der bombastischste. Und damit wird das Ganze ein bisschen aufgehoben. Weiters wird sich unser Buff Arcane Intelligenz ein bisschen abschwächen. Und zwar auf 5%. Momentan erhöht er ja die Intelligenz um 10%. Das wird mit Shadowlands halbiert. Was wir noch zurückbekommen, ist der sogenannte Feuerzauberschutz und der Frostzauberschutz. Sind einfach zwei Schadensabsorb-Fähigkeiten, die ein bisschen Damage, also Feuer-Damage oder eben Frost-Damage absorbieren. Also eine zusätzliche Schutzfähigkeit für den Magier. Sicher auch sehr praktisch, denn die generellen Schutzmechanismen des Magiers sind ja nicht die besten, wie wir wissen. Und damit bekommt er zumindest eine oder halt zwei wieder dazu. Eine Fähigkeit oder zwei Fähigkeiten, die auch wieder allen Magiern zur Verfügung stehen werden, ist der Frostblitz, der ja momentan nur für den Frostmagier gut ist. Und eben der Feuerschlag des Feuermagiers. Heißt also Feuerschlag einfach spontan Zauber und der Frostblitz sehr praktisch vielleicht für eben beide Spezialisierungen, Arcan und Feuer. Denn gerade zum Questen, zum Leveln etc. Ihr könnt einfach die Gegner slowen. Und was bisher eher dem Frostmagier zur Verfügung stand, diese Möglichkeit haben jetzt auch die beiden anderen Spezialisierungen. Dann gehen wir mal auf die Talente des Magiers und hier auf das Talent Spiegelbild ganz kurz hinzuweisen. Spiegelbild, wir kennen es, wir lieben es, aber es ist halt eben ein Talent, manchmal nicht das stärkste, aber dieses Talent wird eine fixe Fähigkeit des Magiers wieder werden. Sprich alle drei Spezialisierungen lernen die Fähigkeit automatisch im Laufe des Questens, im Laufe des Levels und ihr könnt sie als zusätzlichen CD für mehr Damage jederzeit einsetzen. Eine Fähigkeit, die wir vielleicht, oder der eine oder andere vielleicht schmerzlichst vermisste, war die sogenannte Zeitverschiebung. Diese kommt wieder zurück. Etwas anders, wie wir sie jetzt aus Pandaria beispielsweise kennen, denn Zeitverschiebung müssen wir eben einmal einsetzen und beim zweiten Einsatz, beziehungsweise nach zehn Sekunden läuft das Ganze automatisch ab oder wird der zweite Einsatz automatisch aktiviert, haben wir genau diesen Gesundheitszustand, den wir vor zehn Sekunden oder halt beim zweiten Einsatz oder beim ersten Einsatz dann eben hatten. Sprich, wenn wir jetzt 100% live haben, dann setzen wir die Fähigkeit ein, wir kriegen eine auf den Deckel und fünf Sekunden später setzen wir Zeitverschiebung nochmal ein, dann haben wir halt eben, bevor wir sie aktiviert haben, wieder die 100% live. Ja, was ist jetzt noch anders? Natürlich, da das Talent Spiegelbild jetzt wegfällt, muss dieses durch ein neues Talent ersetzt werden. Das wird dann Magie fokussieren heißen und das ist eine Fähigkeit, die wirkt ihr auf einen Mitspieler. Das hält dann eine halbe Stunde und der kritische Trefferwert des Mitspielers wird um 5% erhöht und jedes Mal, wenn die markierte Person einen Krit schafft, also einen kritischen Treffer landet, wird auch eure kritische Trefferschoss zehn Sekunden lang um 5% erhöht. Ja, was ändert sich jetzt eigentlich bei unserem Frostmagier? Eigentlich momentan nur eine passive Fähigkeit und zwar die Fähigkeit Hirnfrost, denn diese bewirkt ja, dass durch den Einsatz von Frostblitz eben unser Hagel zu einem spontanen Zauber werden kann und immer wenn wir Hagel dann einsetzen, belegen wir ja das Ziel durch diese passive Fähigkeit mit der sogenannten Winterkälte, wodurch das Ziel eben so viel Schaden erleidet, also so viel mehr Schaden erleidet, als wäre es eingefroren. Dieser Effekt hält aber momentan nur eine Sekunde, was wirklich jetzt von der Dauer nicht viel bringt, also das bringt uns nicht viel mehr Damage ein. In Shadowlands wird die Effektdauer von Winterkälte um einiges erhöht, ich glaube sogar 6 Sekunden werden es dann sein, plus minus 6 Sekunden, das heißt in dieser Zeit können wir schon einiges mehr an Damage rausholen. Ja, das war es eigentlich von den Fähigkeiten generell, aber es wird in Shadowlands wieder so sein, dass wir drei Fähigkeiten des Frostmagiers während des Levelns im neuen Add-on eben verstärken. Hier sprechen wir von den Fähigkeiten Eisige Adern, diese werden einfach um eine gewisse Dauer, also um ein paar Sekunden verlängert, dann die nächste Fähigkeit, die verbessert wird, ist der Kälteeinbruch. Hier wird die Abklingzeit um eine halbe Minute verringert und unsere Fähigkeit Blizzard wird generell verstärkt. Ja und wie steht der Feuermagier jetzt in Shadowlands im Kurs? Hier wird sich auch nur eine passive Fähigkeit ändern und zwar Meisterschaft Entzünden, denn diese bewirkt ja, dass der Debuff Entzünden automatisch alle 2 Sekunden auf eine gewisse Anzahl von Zielen überspringen kann und dort eben Damage macht. Das Ganze ist halt einfach unkontrollierbar und das wird sich mit Shadowlands ändern, denn dann geht Entzünden nicht mehr automatisch auf die Ziele in der Umgebung über. Nein, ihr müsst dafür den Feuerschlag einsetzen, denn wenn ihr Feuerschlag einsetzt, trefft ihr automatisch 8 Ziele mit der Fähigkeit Entzünden, mit dem Debuff Entzünden. Das heißt, das Ganze ist kontrolliert einsetzbar. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, sei mal dahingestellt. Das müssen wir halt während des Addons dann rausfinden. So, werfen wir einen kleinen Blick auf die Talente. Hier gibt es Änderungen bei erstens der Druckquelle, denn Druckquelle verringert ja die Bewegungsgeschwindigkeit der getroffenen Ziele um 4 Sekunden. Das wird dann ein wenig erhöht. Es sind ein paar Sekunden mehr. Nächstes Talent, was angepasst wird, ist Zündeln, denn wenn wir Zündeln aktiv gewählt haben als Talent, ist ja, wenn wir Feuerball oder Pyroschlag, Feuerschlag und Phönixklammen einsetzen, unsere Abklingzeit von Einäschern um eine Sekunde verkürzt. Das werden künftig dann eineinhalb Sekunden sein und unser Talent Pyroklasmus bewirkt ja, dass wenn Kampfversitze aufgebraucht wird, besteht eine Chance von 15%, dass euer nächster nicht spontaner innerhalb von 15 Sekunden gewirkter Pyroschlag 225% mehr Damage macht. Dieser Damage wird dann ein wenig erhöht. Ja, abgesehen von Fähigkeiten und Talenten hat auch der Feuermagier gleich wie der Frostmagier drei Fähigkeiten, die jetzt per Level in Shadowlands verbessert werden und hier sprechen wir von den Fähigkeiten Flammenstoß, Pyroschlag und Einäschern. Ja, Einäschern wird einfach gleich wie Eisige Adern etwas verlängert. Pyroschlag gibt uns sogar einen kleinen Dot beim Gegner dazu, sprich, wenn wir dann Pyroschlag in Shadowlands einsetzen werden, gibt es einen kleinen D-Buff für den Gegner, dass der noch ein bisschen extra Feuerschaden bekommt und Flammenstoß wird gleich wie Blizzard einfach generell verstärkt. Ja, auch der Arcan-Magier bekommt doch die eine oder andere Änderung mit Shadowlands spendiert. Die erste ist eher negativ, denn unsere Fähigkeit, unsere liebste Fähigkeit Arcan macht, die Abklingzeit hier wird von 1,5 Minuten auf 3 Minuten erhöht, sprich verdoppelt. Gründe hierfür sind jetzt nicht bekannt, aber Blizzard wird sich schon Gedanken dazu gemacht haben, aber wir verweilen nicht lange bei dem negativen Effekt des Arcan-Magiers, der hier verändert wird, sondern gehen zu dem positiven, denn wir bekommen endlich unseren Mana-Edelstein wieder zurück. Können wir herstellen, gleich wie die Gesundheitssteine des Hexas, wir können sie zwar nicht teilen, aber der Einsatz von Mana-Edelstein bringt uns sofort 10% Mana wieder zurück und gerade die Spezialisierung Arcan-Magier kann diese Fähigkeit sicher sehr gut gebrauchen. Eine weitere Fähigkeit, die angepasst wird, ist die passive Fähigkeit Freizaubern, denn hier ist es ja so, dass pro einer gewissen Anzahl von verbrauchten Mana können wir Freizaubern erhalten, wodurch der nächste Einsatz von Arcane-Geschosse oder Arcane-Explosion kostenlos ist und eben um 20% schneller eingesetzt werden kann. Das Ganze wird dann in Shadowlands einfach zwei Aufladungen haben. Ja, was ist jetzt bei den Talenten? Hier gehen wir mal zum Level 15er Talent Amplifikation, denn wenn wir Amplifikation eingesetzt haben als Talent und Arcane-Geschosse im Freizauberzustand einsetzen, feuern wir momentan ein zusätzliches Geschoss ab, in Shadowlands werden wir dann zwei zusätzliche Geschosse abballern. Level 30er Talent, Mana-Schild, wird ebenfalls angepasst. Wenn wir das auswählen, hat ja unsere prismatische Barriere keine Abklingzeit, verbraucht aber dafür 50% des absorbierten Schadens als Mana. Das Ganze wird dann in Shadowlands Nummer 35% sein. Das Coolste an den Talentänderungen des Arcane-Magies wird aber Berührung der Magie sein. Hier haben wir jetzt ein paar positive Effekte. Erstens ist es eine aktive Fähigkeit, zweitens ist es kein Talent mehr. Ihr werdet mit dieser neuen aktiven Fähigkeit Berührung der Magie ein Ziel anvisieren. Dort wird 50% des von euch zugefügten Schadens an dem Ziel gespeichert und nach dem Ablauf von 8 Sekunden explodiert das Ganze und fügt allen Gegenden im Umkreis Schaden zu. Ja, das Talent muss natürlich durch ein neues ersetzt werden, wenn es in Shadowlands eine fixe Fähigkeit sein wird und dieses Talent wird dann erleuchtet heißen. Das ist dann wiederum passiv. Wenn wir das einsetzen und über 70% Mana haben, machen wir 8% mehr Damage, haben wir unter 70% Mana, ist die Mana-Regeneration um 20% erhöht. Sicher ein Talent, das man auswählen kann, muss natürlich auch in Shadowlands erst ausprobiert werden. So, auch der Arkan-Magier bekommt 3 Fähigkeiten, die im Laufe des Levels von Shadowlands verbessert werden. Zum einen der Arkan-Beschuss, denn wir sammeln ja unsere Arkanen-Aufladungen und wenn wir jetzt beispielsweise 4 Arkanen-Aufladungen haben und dann unseren Arkanen-Beschuss einsetzen, bekommen wir pro eingesetzten Arkanen-Aufladung eben wieder 2% Mana zurück. Nächste Fähigkeit ist unsere Geistesgegenwart, denn hier ist es so, dass Arkanen-Schlag einmal zusätzlich gewirkt werden kann. Also es gibt dann 3 Einsätze von Arkanen-Schlag, die zu spontan zaubern werden. Und natürlich unsere Arkanen-Macht, denn die hat ja jetzt schon ordentlichen Nerf bei der Abklingzeit bekommen, dafür wird aber wenigstens die Dauer des Einsatzes von Arkanen-Macht erhöht. Ja, das war's zu meinem Magier-Vorschau-Guide für Shadowlands. Ein paar Änderungen sind dabei, ein paar gute, ein paar schlechte. Wir freuen uns, den Magier in Shadowlands da wirklich ausprobieren zu dürfen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis dahin, macht's gut, Oh ja, try the Achilles.